Trick Pendel 1 Bauen Sie ca. 20 Meter voneinander entfernt zwei Starthütchen auf, an dem jeweils zwei Spieler starten. In der Mitte dieser beiden Hütchen markieren Sie die halbe Strecke mit einem weiteren Hütchen. Rechts und links neben den beiden Pfosten befinden sich zwei weitere Starthütchen, an denen jeweils zwei oder maximal drei Spieler positioniert werden. Beide Spieler an den Starthütchen starten zeitgleich und führen dreimal jeweils an den Hütchen den Trick Schussfinte aus. Danach erfolgt ein Torschuss. Dannach erfolgt ein Torschuss. Dannach erfolgt ein Torschuss. Dannach erfolgt ein Torschuss. Im selben Aufbau führen die Spieler nun alle drei einfachen Erwichtungswechsel aus. Zuerst eine Schussfinte, danach eine Sohlenwende und als letztes abkappen. Nach dem ersten Torschuss erfolgt diesmal ein flaches Anspiel und ein zweiter Torschuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im gleichen Aufbau können Sie auch alle Wänden mit einer hohen Wiederholungszahl trainieren. Hier sehen Sie die drei einfachen Wänden. Zuerst Zidane-Wände, danach eine Wieviewende und zuletzt abkappen Sohle. Im Anschluss erfolgen erneut zwei Torausschlüsse. Natürlich können Sie auch dreimal denselben Trick trainieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.